Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutja und es ist mal wieder Zeit, dass jemand von Sturm der Liebe in der Web Talk Show vorbeischaut. Sie ist eine tolle Schauspielerin. Ihr kennt sie aus ganz vielen anderen Serien. Da reden wir später drüber. Wir kennen sie im Sturm als Greta Bergmann. Herzlich willkommen. Laura Oswald, wie geht's dir und wo bist du? Vielen Dank. Mir geht's prima. Ich sitze hier in unserem Social Media Raum. Es ist quasi auf der anderen Seite vom Studio, also gegenüberliegend von unserem Coaching-Raum. Ich weiß nicht, ich gucke hier auf Rasen. Das kläre ich nachher noch, warum. Ja, ich habe es gemütlich hier mit einem super Backdrop, wie ihr sehen könnt. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei Greta geht es ja zur Zeit. Gut zur Sache ist es nicht lange her. Da ist die Situation mit Alexandra Schwarzbach eskaliert gespielt. Von Daniela Kiefer, tolle Frau, war hier auch schon zu Gast. Und es geht um ihren Sohn Noah und deine Figur ist mit dem Noah zusammen. Aber sie ist jetzt nicht so happy. Das ist ja erstmal Sturm der Liebe Standard. Dann kam eine ganz körpergefährliche Situation. Was ist passiert? Was hast du als Greta spielen dürfen? Es gab einen kleinen, dann leider mittelschweren und dann doch großen Unfall. Also die Greta, beziehungsweise vielleicht auch einer der Mitarbeiter in der Küche, hat nicht ganz aufgepasst, die Pfanne nicht ordentlich weggestellt. Sie sollte noch einen Mitternachtssnack zubereiten für ganz besondere Gäste, obwohl eigentlich schon viel zu viel los war. Und sie hat quasi eine Extraschicht eingelegt. Und ich glaube, das kennen bestimmt viele auch von deinen Zuschauern. Wenn man übermüdet ist und einfach zu viel los ist, dann wird man unachtsam. Die Pfanne wurde nicht weit weg genug gestellt. Sie wurde ein wenig bedroht von Daniela aka Alexandra und ist rückwärts gestolpert und auf den Stiel der Pfanne gekommen. Diese wurde quasi nach oben katapultiert und heißes Fett ist leider an ihren Hals gespritzt. Das sah gut aus. Auch im Nachgang hat die Make-up-Abteilung sehr gute Arbeit geleistet. Ihr dreht sehr viel. Und das ist natürlich eine außergewöhnliche Szene. Hattet ihr da jetzt ein bisschen mehr Zeit, vorher vielleicht Choreografie und so durchbewerden? Oder war es auch alles wie immer, bitte gib Gast. Nein, es ist tatsächlich schon so, dass für so Special, es ist ja in dem Sinne kein Special-Effekt, aber für Sachen, die schon gut aussehen müssen und realistisch aussehen müssen, sich ein bisschen mehr Zeit genommen wird. Man muss aber auch sagen, dass ich sehr talentiert bin, auf Pfannen zu stolpern und das Fett an die gleiche Richtung zu spritzen. Es war ja natürlich auch kein Fett, sondern Wasser, was man vielleicht hoffentlich sagen darf. Aber es hat auf jeden Fall genau die Stelle getroffen. Ich war da schon ein bisschen stolz, dass ich so gute Wurfkapazitäten habe. Ja, hat gut geklappt. Also wir haben es auch nicht aufdrehen müssen, muss man sagen. Das ist sehr gut, weil mittendrin wurde ja dann logischerweise die Szene unterbrochen, weil ja eben am Hals alles hingeschminkt wurde. Also das ist dann schon ein besonderer Drehtag, oder? Freut man sich da ein bisschen mehr als auf andere Drehtage? Ich finde halt, es ist schon immer ein bisschen aufregender, weil solche Sachen auch alleine wegen dem Kostüm schon relativ schnell klappen müssen. Also die Kleider sind ja jetzt auch nicht 50 Mal da, weil das Wasser aka Fett spritzt ja auch auf die Klamotten und so oft können wir die einfach nicht wechseln. Es muss schon gut funktionieren. Klar gibt es dann auch immer einen Plan B, sollte es nicht so funktionieren, wie man es geplant hat. Aber ja, in dem Fall hat es super gut geklappt und klar, unsere Massenabteilung leistet da schon ganz besonders gute Arbeit. Ich finde, das sieht wirklich, wirklich gut und realistisch aus. Und wer jetzt neugierig ist, der geht natürlich in die ARD-Mediathek und schaut beim Sturm der Liebe, denn dort gibt es ja sehr, sehr viele Folgen und das findet ihr garantiert auch recht schnell. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass es großen Streit gibt mit Christoph Saalfeld, gespielt von Dieter Bach, auch hier schon zu Gast. Ich feiere ihn sehr, toller Typ und euch beide in so einem Streit zu sehen, wie die Augen sich anfunkeln, ist natürlich, ihr wollt eine Bedrohung darstellen, das passiert natürlich auch, aber ich glaube, ihr habt beide sehr viel Spaß in dem Moment, oder? Ich liebe Dieter, es macht total viel Spaß mit ihm zu spielen und klar, er spielt das natürlich dann auch immer sehr autoritär und so und Greta muss dann versuchen, damit irgendwie zurecht zu kommen. Die fühlt sich natürlich auch wahnsinnig schlecht, das war einfach ein Unfall. Ich glaube, würde einem sowas im Real Life passieren, denn man wird seines Lebens nicht mehr froh, jemanden zu verunstalten. Und ein Hals ist ja auch eine sehr offensichtliche Stelle am Körper einer Frau, ist ja auch die Stelle, wo viele beim Älterwerden Probleme haben. Und ja, ich glaube, sie fühlt sich da wahnsinnig schlecht, trotzdem hat sie das nicht mit Absicht gemacht und versucht sich da natürlich auch zu verteidigen. Und ich freue mich, dass du dich noch so gut erinnerst, weil es ist natürlich, wenn wir es im Fernsehen und in der Mediathek sehen, ist es schon ein paar Wochen her, dass du es gedreht hast. Zwischen Ausstrahlung und Dreh, wie lang war das ungefähr, was meinst du? Ich würde jetzt mal schätzen drei bis vier Monate. Ich habe es aber nicht 100 Prozent auf dem Schirm, aber es ist schon einige Zeit, die vergangen ist. Aber man muss ja als Schauspieler seine Rolle schon irgendwie gut auf dem Schirm haben. Ich erinnere mich ziemlich gut an alles, was in meiner Rolle Greta passiert ist. Wir springen zurück in die Zeit, als Nena Platz 1 in den Charts war mit Liebe ist und irgendwie jeder diesen Song andauernd gehört hat. Da lief Verliebt in Berlin in Sat.1 und du warst Hanna Refrat und du warst in beiden Staffeln dabei. Genau, in der ersten Staffel habe ich Hanna Refrat gespielt. Das war eine Auszubildende in dem Mode-Imperium Kerima unter Hubertus Regu. Der war mein Chef, mit dem habe ich auch wahnsinnig gerne gedreht, weil er einfach wahnsinnig aufgequillt und lustig ist. In der zweiten Staffel durfte ich sogar die Hauptrolle übernehmen. Ja, war eine schöne, bunte und abgefahrene Zeit in Berlin, weil das ja einfach so erfolgreich war, dass ich teilweise nicht mehr vor die Tür gehen konnte. Das hat sich ein bisschen geändert. Das liegt auch daran, dass mein Publikum mit mir auch ein bisschen älter geworden ist und auch vielleicht ein bisschen vernünftiger geworden ist. Ja, der Erfolg von Verliebt in Berlin damals. Also wer es nicht mitbekommen hat, das war unfassbar. Es gab diese Info, Sat.1 bringt eine neue Daily Soap raus, aber Achtung ist angelegt auf 100 Folgen. Es gibt nicht mehr und Alexandra Nelgl in der Hauptrolle und sie ist aber hässlich. So, es war schon mal genug Spannung, dass alle gesagt haben, ich schau mal rein. Und dann ging das Ding völlig durch die Decke. Man hat die Serie dann sehr gestreckt. Das waren weitaus mehr als 100 Folgen. Und ihr wart echt Talk of the Town. Und seid ihr denn heute, die Gang von damals, noch in Kontakt oder war das Ende auch das Ende? Also ich habe tatsächlich schon mit ein paar Kollegen noch Kontakt, zum Beispiel mit Lara Isabel Renting, aber so mehr über Instagram. Mit Bärbel Scholz bin ich noch befreundet, mit Nina Gnedig. Also aus den Augen verloren haben wir uns nicht. Ich war in L.A., als ich hochschwanger war, im Urlaub. Da habe ich Hubertus getroffen, der da hingezogen ist. Also man verliert den Kontakt nicht. Es ist ja auch die schöne Seite an Social Media. Man kann sich immer wieder relativ leicht wieder treffen. Wie ist denn das mit den Kollegen von Drs Diary? Mit Diana telefoniere ich zum Beispiel regelmäßig. Und wenn ich Florian oder Kai treffe, treffen wir uns immer auf einen kleinen Plausch. Also den Kontakt habe ich eigentlich zu fast niemandem verloren. Auch wenn man jetzt nicht irgendwie täglich telefoniert. Das ist mit Diana zum Beispiel was anderes. Das ist eine richtige Freundin von mir. Florian David Fitz und Kai Schumann waren ja auch beide schon zu Gast. Und haben auch mit viel Liebe über die Zeit gesprochen bei Drs Diary. Was ist so deine erste Erinnerung? Florian zum Beispiel hatte immer eine Gitarre dabei. Und dann saßen wir in unserem wirklich hässlichen Krankenhaus im Grunewald. Am Wannsee waren wir in der alten Lungenklinik. Und haben in diesen wirklich hässlichen Räumen Gitarre gespielt und gesungen. Wir hatten einfach immer eine sehr, sehr lustige Zeit. Und hättet ihr da gedacht, als ihr die erste Staffel gedreht habt, dass das auch so ein krasser Erfolg wird? Ich meine, du warst ja durch Verliebt in Berlin schon mal eingegroovt auf große Erfolge. Naja, ich kenne Bora ja schon relativ lange. Der hatte auch damals bei der Serie Schulmädchen mitgeschrieben, die ich für RTL damals gedreht habe. Und jeder, der Bora damals kannte und jetzt kennt, weiß, dass der einfach unheimlich gute Drehbücher und Gags schreibt. Also wenn man die Bücher gelesen hat, konnte man schon irgendwie davon ausgehen, dass es ankommen muss. Aber dass die Zuschauerzahlen in dem Bereich sind, war natürlich keinem klar. Also damit rechnet man ja generell einfach nie. Man ist ja immer sehr devot, was diese Sachen betrifft. Und ich glaube, Deutschland war auch in Schockstarre, dass es nicht weiterging. Weil ich glaube, auf dem Höhepunkt des Erfolgs wart ihr plötzlich alle irgendwie unterwegs. Ja, das ist total schade gewesen. Ich glaube, dass auch alle darüber traurig waren. Aber da gab es einfach so viele Gründe, warum das dann am Ende nicht geklappt hat. Die kann ich dir auch gar nicht so aufzählen. Und das hat einfach zu lange gedauert zum Teil, dass entschieden wurde, dass es weitergeht. Dann waren natürlich, Florian war schon längst in neuen Projekten, Diana auch. Und dann hat es leider nicht geklappt. Ja, ich bin da immer noch sehr traurig drüber. Es war einfach eine unfassbar tolle Zeit. Und was hast du nach Drs. Diary gedacht? Wusstest du, wie es weitergeht oder war erst mal Pause? Nee, ich habe auch direkt weitergedreht. Ich kann jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen, was ich gemacht habe. Ich müsste da jetzt mal wieder aufrufen. Aber ich habe eigentlich die meiste Zeit gedreht, bis auf die vier Jahre, die ich in den USA verbracht habe. Ist es für dich okay, wenn Leute dich mit deinem vollen Namen ansprechen? Laura Isabella Lolita Oswald? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Mein Vater hatte, glaube ich, ein Rotwein oder zwei zu viel getrunken, als er sich überlegt hat, dass ein schöner Name Laura Isabella Lolita wäre. Also Laura ist eine schöne Lolita, was auch immer das bedeuten mag. Ja, das ist mein Name. Aber mein Bruder heißt zum Beispiel Philipp Dagobert. Da kann jetzt jeder selber entscheiden, wer mehr Pech hatte von uns beiden. Du hast sehr früh privaten Schauspiel- und Gesangsunterricht und Dialog- und Sprachtraining bekommen. Warum? Naja, es war ja so, dass ich habe ja schon relativ früh mit der Schauspielerei angefangen. Und ich konnte das wahrscheinlich von Anfang an ganz gut. Aber niemand ist ein Born Natural. Ich rede bis heute noch zu schnell und muss mich da maßregeln. Und so ein bisschen Ausbildung, ein bisschen Phonetik. Ich war ja nie wirklich auf einer Schauspielschule, habe aber dafür parallel zu meinen Drehs einfach gute Workshops gemacht und mit einer Schauspiellehrerin zusammengearbeitet, um mich halt vorzubilden. Man soll ja nie stehen bleiben. So sieht es aus. Und man hört auch immer wieder, dass selbst Jennifer Aniston regelmäßig sich coachen und schulen lässt. Ja, so sieht es aus. Ich glaube, das bringt einen auch immer weiter. Also Stillstand ist das Ende. War denn die Entscheidung für dich, zu Sturm der Liebe zu gehen, überhaupt eine Entscheidung? Oder war das ein Oh yeah, ich bin dabei? Ach, das war total lustig, weil ich war eigentlich für eine andere Rolle, also für eine Rolle, die wesentlich kürzer angelegt war, angefragt. Und ich habe währenddessen mit Diana zusammen für Kräumann gedreht in Köln. Und dann kam die Anfrage, habe gesagt, ja klar, mache ich. Ich finde es mega schön, in München zu drehen. Und am nächsten Tag rief mal Agentur mich an und meinte, ob ich mir vorstellen könnte, längerfristig mitzuspielen. Und da habe ich ehrlich gesagt, ohne zu zögern, gesagt, ja klar. Also davon abgesehen, dass es eine tolle Serie ist, es ist für mich natürlich auch schön, in derselben Stadt wie meine Tochter arbeiten und wohnen zu können. Meine Tochter geht zur Schule, da ist man nicht mehr ganz so flexibel. Klar kriegt man das auch irgendwie hin, aber so ist es natürlich für mich perfekt. Ich komme ja jeden Tag zu meiner Second Family, wie ich es nenne, habe hier jeden Tag großen Spaß und schaffe es trotzdem oft, meine Tochter zur Schule zu bringen oder abzuholen. Also Win-Win-Situation, würde ich sagen. Perfekt. Und ich glaube, deine Familie mag generell Sturm der Liebe. Es gab jetzt, glaube ich, keinen, der Nein gerufen hat, oder? Also mein Vater weiß ich jetzt gar nicht. Der schaut jetzt ab und zu. Ich glaube nicht, dass der Sturm der Liebe vorher kannte. Aber meine Mutter war auf jeden Fall der weltgrößte Sturm der Liebe Fan. Leider hat sie es nicht mehr miterlebt, dass ich hier mitspielen durfte. Vielleicht hat sie es ja gewusst, dass du eines Tages da sein würdest. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ist jetzt so ein Wochenende für dich eigentlich auch mal so wirklich Wochenende wie früher oder Textlern, Textlern, Textlern? Ich habe gerade ein relativ gutes Textlern-Talent. Also außer es sind jetzt irgendwelche solchen Monologe, brauche ich es mir zwei, dreimal durchlesen. Und ich kann den Text. Ich mache das auch ganz viel mit der Sprachmemo-Funktion. Ich spreche mir quasi die Texte von den anderen ein und antworte mir selbst. Mag für mein Au-pair-Mädchen manchmal etwas absurd klingen, wenn ich jeden Tag mit mir selber spreche. Aber so lernt sie es ganz gut. Und ganz viel machen wir ja auch hier am Set. Wir haben ja Coaches hier, mit denen wir die Texte nochmal zusammen durchgehen. Und auch zusammen einfach nochmal gucken, wie wir daran fallen können. Also das klappt gut. Jetzt wirst du folgende Frage wahrscheinlich gar nicht wirklich beantworten können, aber vielleicht schaffst du doch irgendwie eine Nuance, eine Idee zu geben. Es bleiben ja manche gar nicht so lange bei Sturm der Liebe. Wie ist denn das bei deiner Rolle? Wie ist es bei Greta? Das weiß man ja nie so genau. Ich hoffe natürlich, dass ich hier noch eine Weile bleiben kann. Ich fühle mich hier pudelwohl. Dann freuen wir uns sicherlich alle, dass du hoffentlich lange bei Sturm der Liebe bleibst. Das gibt es in der ARD. Montag bis Freitag 15.10 Uhr und natürlich in der ARD-Mediathek. Und dort als Greta Bergmann, Laura Oswald. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch zehn Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutjahr. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Laura Oswald. Bis dann. Wichtig ist mir auf jeden Fall Flexibilität. Ich hoffe, dass ihr alle euer Leben so gestalten könnt, dass Raum für Privates bleibt. So versuche ich, das zu gestalten. Das ist ein Work-Life-Balance. Woo!